Herzlich Willkommen Leute! Wir spielen Röntgen CSGO! Heute mit Alex, Hotcher und Items! Hallo! Perfekt Hallo gesagt! Und Cockblock! Cockblock ist der Mate, ey! Wir spielen aber auf diesen neuen Servern, die irgendwo in China gehostet wurden. Gegner laggen alle, wird nice! Ja, und es sind alles Fake! Okay! Okay, der Cockblock geht in die Mitte. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Jetzt bin ich auf A. Ah, geh ich. Ah, Items und dich hat ein B immer super safe. Bist du so ein Short-Spieler oder so ein Lang-Spieler? Äh, B. B-Rush! Roger. Oh, die haben gut gekriegt, ich geh aber down wahrscheinlich. Oh, ich bin One-Shot gekriegt. Ähm, ich hab noch gut damage gemacht. Ich push raus. Einer Bunk, einer Sponge. Der steht dann nach rechts. Schön, Alter. Lol, der hat echt einen Hack angemeldet. Alter, ey. Alter, lol. Okay, doch nicht. Was ist jetzt? Was ist los? Was? Guck mal, wie er da so rumgelaggt, ja? Das darf nicht wahr? Okay, der eine Kill war geil, danach hättest du sterben sollen, wär dann besser gewesen. Ja, aber krasser ausgesehen, ja. Am Ende war jetzt nicht so gut. Ja, die Star Wars sind grad echt jetzt... Was ist denn los? Der erste Kill war nice, aber danach, nee. War nix. Bei mir hat Hotter übelst gelegt grad, als er gekillt worden ist. Äh, Stack A? Der Typ hat gelegt, Alex. Ach, der Typ? Er will nen A-Stack machen. Kann mir mal nen A-Stack hier. Wir stacken, wir stacken, ey. Alter, manchmal laggen hier aber auch alle. Sind das die neuen PUBG-Settings? Was ist hier los in dem Spiel? Also. Counter-Strike, PUBG Offensive. Oben. Pallest? 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 Deine ist load noch. Ne, doch nicht. Hat nur ein paar Treffer. Beide loader. Die sind da raus. Minus 40, minus 50, minus 40. Einer fehlt aber man sieht ihn nicht. Auch Action, ja. Action Jackson. Unsere Runde. Nice eco. Schön. Letzter Schuss. Nevermind, nein. That was a good call. Das ist deutsch, oder? You are German? Ich denk, äh, hast du gerade ingame geredet? Naja, da hab ich voice-on. Hab ich nicht ingame? Sprich doch deutsch. Ah, hallo. Man hat sofort gehört, als er es angesprochen hat schon wieder. Hallo. Oi. Ja, that was a good call. Let's go. Ah, super, jetzt. Haben wir irgendwie... Okay, jetzt geh ich A, okay. Okay, ja, ich find das gut. Du bist grad A gegangen, das find ich gut. Items, sehr gut. Ja, so ist das besser. Einfach direkt adaptiert. Nächstes jetzt. Oh, Mitte... Ne, war das in der Mitte? Einer Mitte hat er gesagt. Kurz, schön durch. Kurz und durch. Kurz aber nicht auf B, oder? Doch, die haben wir uns. Er ist in den Ventroom rein. Mann, wo ist denn das? Du, ey. Alle im Ventroom drin? Einer nur. Was ist denn im Window? Ich hab nur einen gesehen. Da war aber die Bombe auch. Er hat einen Timeout gehabt. Ich bin down, er gibt mir den Klick. Er hat einen Timeout gehabt, aber... Alexa, es ist noch jemand. Hallo? Ne, ne, da ist noch einer. In der Ecke bei mir. Okay, wollen wir sitzen lassen, weil es sind noch zwei? Ja, müssen wir. Okay. Für D kann ja nichts kommen, ne? Okay. B. Er ist hinten am Spot da noch. Ja, den einen hab ich gesehen, aber den anderen hab ich gehört. Ich hab was, bitte scopen. Mitte kam ne Nate. Könnte alleine hier gewesen sein. Nein, kann nicht sein. Am Car. Hinten am Truck. Am Truck. Ja, nice. Wollen wir mal ein Timeout machen? Wollen wir mal ein Timeout machen? Wollen wir mal ein Timeout machen? Wie macht man das? Hab ich noch nie gemacht, tatsächlich, ne? Ich weiß, dass man bei Dalu niemals F1 drücken, immer ohne vorher nachzulesen. Das ist ganz... Ja, war mein Timer. Das war mein erstes Erlebnis mit dem Dalu. Ich hab mich Early boy gekickt. Ja, Early im Stream, und auf einmal kommt so... Ja, ich muss ganz kurz auf die Toilette. Könnte mal kurz Timeout voten, und dann haben alle Early boy gekickt. Hm, wie sieht das mit Geld aus? Alex, magst du eine M4 legen? Oder die AK, wie du das? Nicht zum Bot. Geil, oder? Wollah, Alex. Was denn? Müssen wir die weiter? Ich hab doch gar nichts gemacht, die steht doch hier hin. Du bist doch nicht Alex. Achso, ich hab eine zu hören. Verdammt. Ich kann auch noch eine legen. Wie? Komm schon, enterig. Je länger wir spielen, desto flächer wird mein Ding. Dalu, wirf mal weiter. Weißt du, ich hab schon wieder so eine Ranzwaffe. Wo bleibt denn der Dude, ey? Weißt du, immer die Deutschen lieben und ragen die beiden. Nein, der war nett. Ja, ja. Ich hab den noch nicht einmal reden gehört. Hast du den Sound aus? Ich hab Voice Enable 1 extra vorhin gemacht. Der letzte Runde nicht einmal callt. Negative? Er hat gesagt, einer mit. Den hab ich lustig, weil ich auch nicht gehört, den Call. Das ist hart. Der hat uns gemutet. Roger that. Roger that. Roger that. Roger that klingt auch wie ein Rayquartz aus WoW. Jetzt ist er da. Da ist er. Hallo. Achso, wir können ja Deutsch reden. Hallo. Ich hab gestürzt. Hallo. Hallo. Ich hab einen Primärschuss versemmelt, weil ich nicht auf Pistol war. Oh, Bombe mit einer A raus. Direkt zur A, oder? Tetris schon. Da sind Frauen jetzt. Noch einer raus. Leute, wie hab ich den denn gekillt? Wie hab ich den denn da oben gekillt? Da war gar keine Hitpost drin. Das war jetzt ja gerade kurz Staubsauger. Was war denn das für eine Runde? Ja, eine Profi-Runde. Oh, dann. Ich sind halt Profis. A piece of cake, so ass. So ass. A piece of cake, so ass. Stop piece, ey. Stop piece, ey. Throwing fire. Flashbine. Was sagen wir, wenn du was hörst? Steps. Kann dir nicht sagen, wie viele fahr, aber... Oh, die waren nicht so gut. Bombe down. Schön. Wo ist die? Fuck. My fault. Die ist so tief drin. Die können ja auch rotieren, oder? Ähm, ja. Die werden die Bombe aufgehoben haben und rotieren. Das war dumm. Ich werde zurück. Ja, ja. Na, jetzt werden sie aber zurückgehen, weil sie selbst den Weg weggeburnt haben. Oh, die haben sie gelöscht. Wieder oben. Kurz könnte kommen. Kurz könnte kommen. Der kommt. Der kommt noch. Der kommt noch. Oh, lol. Ich hab voll veraimt. Mitte, Connector hoch. Wollte gerade sagen, anhand des Models war er das nicht. Ja. Ja. Einer könnte. Wollte auch eigentlich nur den kurz wegpicken und wieder runter, aber es hat nicht mehr geklappt. Oh, was war das für eine Scheissmoke? Ah, schade. Schade. War mein Fehler. Ja. Wir haben ne Ekowarm. Nein, wir haben ne Diegel. Forsen? Ne, ich mag den nicht. Ich hab' ich verstanden, weil es ein Minecraft ist. Echt? Der hat Forsen gesagt. Ja, Forsen ist aber der Harz-Dolen-Spieler. Und den war ich eigentlich schon. Echt? Schnell. Was? Schnell? Ich geh' rüber, Rebecca. B-Kurz? Okay. Ich steh' hinterm Pilar. Tererm Pilar? da liegt eine waffe da oben im vent ist einer er kommt safe orange bombe liegt bei mir was der war nicht low zwei connecter nein kann man jetzt genau rum nee ich glaube der war schon arm und ist von rechts nach links gelaufen sozusagen kommt zurück mit dem bang wir machen alles richtig er hat echt nicht schlecht da ist noch einer close immer noch einen ich habe ihn doch hinten ja ich habe ihn 50 50 apps ich glaube ich komme noch rein ich weiß nicht kann ich nicht mehr ist schon zu lange her hast du einen hit du schaffst es schon mal nicht mehr doch locker der muss jetzt nur drauf ich würde es versuchen ach natürlich wer der typ der low ist er hat sich selbst geflasht ne er war blind er hat erstmal einen weggedäht er hat sich selber geflasht ne dude und haut ab ey ja so spielen die profis an die darf man nicht mehr eindrucken weißt du das ist halt unnötig knapp weil links von dir einen zentimeter ein kit liegt ja 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 kriege ich noch die abp na schade da war sie ich habe die geworfen und ich habe sie geklaut ich kann leider nicht mehr droppen für ihn aber er hat ne farm was ok naja mach das schon stopper dein super random warum kriegt man solche leute eigentlich selten stunde da stehe ich ganz unten car flash cool aber nochmal flash ich bin nochmal blind ich bin richtig blind ist aber keiner durchgerannt noch höre ich nix aber jetzt Dauer inner ich bin halt oben ne wechsel items nein positionen leer aber beide haben gut hits die kriegt noch der eine ist 80 18 und 3 ne einer ist halb low jetzt kommt da die bombe bombe ist bei mir jetzt war der halb low da sind zwei einer außer ah ne einer nur einer ich bin zurück einer war schon tief drauf 30 kp a der letzte war b mit bombe gewesen der läuft aber glaube zurück aber wieso der ist noch b der ist noch b der ist da noch kannst du da durchbangen ne oder so turn items gute runde hat er gebangt ey ist der wahre farid ey ist der wahre farid ey aha ich hab den gar nicht mehr bekommen schade kann ich mal droppen ne nicht wirklich ja kann ich ok du items du hast kein voice an im game ne ich hab einfach noch nicht im game geredet ich hab im test geredet hast du nicht ja hab ich gesagt ja aber im test ich hab ihm das ding einfach zugebrochen deine mikro quali ist so low dass ich dachte das im spiel so ne minecraft quali ey er noch raus alle zur linken minecraft steady sir ich hab die von meinem forsen pvp gelegen ja komm boss short vielleicht einer durch seh ich nicht kann ich nicht bestätigen guck du wieder short einnimmst oder weil short vielleicht einer durch ja und das sind noch zwei wir haben die bombe auf a mit oh leil spray versaut aber er ist halb low auch wieder 31 in eins mitte oben zwei down 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 wieso versau ich den spray denn von der waffe so krass hier da bin ich team kill wenn die runde ne sekunde länger gegangen wäre es hat sich grad die chance ergeben noch einen schönen diegel klick zu geben egal ob team mate oder nicht aber ich bin echt knapp meine doppelkategorie anti mate und one klick wie ist denn das so wenn deine bestoffs zu 50% aus anderen leuten bestehen einkommen ich hab gar keine bestoffs war nur ein scherz hörst du was da ist einer ja hat aber nur einen step gemacht wir sind nicht von connector gedeckt schaut doch hier ist auch ein connector drin an steps bitte stepped am stuhl laufen ein bisschen zurück einer stuhlmitte ich kann dir nicht sagen wo sie hinlaufen ist einfach ein false call aber da sind auf jeden fall steps hier ist down ist das mitte die bombe mitte kommt ganz viel durch mitte kommt ne menge ok 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 dort wird abgeähmt wir haben spot bleiben einer ist noch mal mit mit der oben ist eine ja mitte close also mitte mitte ungefähr auch einer mitte hat ihn weg oder noch einer oben mitte moment das müssen zwei sein weil ich habe keinen damage an dem angeblich gemacht einer ist noch connector irgendwo einer muss oben mitte noch sein wenn das das war der dem ich 70 damage gemacht habe ich habe den getötet alexander achso du hast auch noch einen mitgenommen fehlte der dem ich halt damage gemacht habe und der stand halt oben mitte der hotters ping ist auch richtig scheiße oder ja genau dezent dezent nicht so gut naja es gibt ja die möglichkeit dass du einen hundping hast aber es trotzdem normal läuft ne also bei mir lagts ab einem 50er schon ein steps mehr oder mehr könnte ein push werden da sind schon durch bombe da liegt die bombe da einfach rum vorsicht wer denn was der typ hier gerade gelaufen ist sah voll lustig aus kurz können wir kommen ne ja habt kurz nen blick ich smoke kurz auch noch du hast kurz gesmockt oder jup hier sind immer noch welche drin ja aua das schießt mir voll den Arsch ey lol ernsthaft noch einer close links das war ja schlecht gespielt einer ist noch okay ey 70 in 4 Und noch einer von Markets. Ach Quatsch, das Ding. In Apps. Einen noch? Einen. Ist schon raus gleich. Was? Ich wollte nicht die Nate. Gib mir die Nate. Was soll das denn? Will jemanden Acker? Das schießt mir in den Arsch, ey. Ich würde einen nehmen. Ich würde auch einen nehmen. Naja, aber halt dein Maul, oder? Ja. Nein, das war nur Spaß. America first, Eastside first. Wir sind ein Team, ja? Frag deine A-Kollegen da. Was? Ich habe eine AWP, ja? Das ist mehr wert als alles andere. Wir bauen einen Power um den B-Spot. A kommt. Loll, der Molli hat so... Ah, der Molli! Du bist der beste Molli zum Angriff überhaupt. Incendiary out. Setz mal hier hoch, Mann. Bist du, Alex? Äh, hier oben, ja, ja. Eine Mitte. Loll, ich wollte gerade mit unserem Mate was abschießen, ne? Warum? Wollst mich abschießen. Bist du der blaue Duta? Ja. Da müsste noch einer eigentlich Action stehen. Wahrscheinlich in der Smoke sogar von mir, oder? Nix da? Genau. Loll! Habe ich mich erschrocken. Ich mich auch. Aber er ist direkt vor mir rausgekommen. Ich hatte einen Knife in der Hand. Pelle ist oben. Nope. Soll ich verschieben? Oh Gott! Na, Action ist down. Pelle ist oben, letzter 10 AP. Okay. Ja, geht weiter. Iron life, ey. Da machst du halt keine Fracks hier. In der Runde. In der Runde. In der Runde. Den AP war sogar gut geschätzt, ey. Der 9. Runde ich fast flamen, wenn er mich getönet hätte, weil ich zu spät gecheckt habe, dass du noch am Leben warst. Weil du konntest ja nicht wissen, wie viel Leben er hat. Nur von anhand des Hits. Ja, genau. Du konntest nur so predikten anhand des Steps. Ja, aber das hat man ja irgendwann raus, ne? Ja, ne. Hab ich von da schon öfter gehört, ja. Und dann hat er noch einen neuen. Dann ist der noch fast voll, ey. Steps. Einzige, was hier mal von... Weiß nicht, ob sie in ein Ding reinkommen. Noch eine Mitte. Kann sein, dass Underground was kommt. Ja, da. Noch eine Mitte. Der ist noch oben, wa? Mitte, oder? Ganz oben. Ja, ja. Ich hab auch Underground, der letzte. Sehr gut. Das ist sehr gut. Was macht nur der Dude hier? Er macht seinen Job gut. Er macht seinen Job sehr gut. Hey. So viel Negativität will ich nicht. Wake up. Okay. Oh, jetzt wird das geklärt haben. Ja, doch nicht. Items blockt mich. Cock-Blogger. Mach gerne. Wir sind nebeneinander gelaufen und ich hatte nicht genug Platz, um an dieser Ecke vorbeizukommen. Bist du mir leid? Hörst du was? Nee. Alex verbaut mir alles, ey. Ich wollte grad pushen. Oh, doch. Aber die sind vorgeschlichen, bis dann jemand mit der MP befeuert hat. Da kommen Leute. Jetzt kannst du pushen, Hotter. Binde. Ich kann mich gar nicht mehr. Ich schalte das immer oben ab. Und dann geh ich zur Mitte der Hände. Und dann gehst du mit den Händen. Und dann gehst du mit der Hände. Und dann gehst du mit der Hände. Der Hit hat nicht mal gereicht, denke ich. Das sah gerade aus wie ein Trigger, ey. Ja, das Problem ist, der Laser von meiner Maus, da muss irgendwie Staub oder sowas drunter liegen. Manchmal wackelt es so, weißt du? Das ist aus wie ein Trigger, ey. Ah, Stahlobnutz-Trigger. Ja, haben wir auch eingeloggt. Wir haben so oft schlechte Runden gehabt, da musste ich jetzt was ändern. Ja, da gab es nur mit Cheats jetzt dran. Stahlobnutz-Triggers, ey. Jetzt ist es bekannt. Oh wow, ich lauf mit der Primärwaffe. Oh wow, ich bleib an der Ecke hängen. Ja, was für ne Gold? Hä, was war das? Weißt du was? Ne, nur ne Decoi. Und ne HE. Und ne Smoke. Oh no. Was hab ich nix gehabt? Oh, die liegt scheiße. Oh la, einer Tunnel. Underpass, 50. Ich mach den Base-Spot direkt hinten drauf. Das war der auch gewesen. Komm mal rüber zu dir. Es könnte noch einer in der Base am Fernseher gewesen sein. Also an dem Gang zu B. Wirds eher B oder A? Oh schön. Ich glaub noch gar niemanden hier. Ich geh mal gucken kurz, bitte. Ich geh mal gucken kurz, bitte, ne? Wird das nichts zu sehen. Weil A kam einfach wieder Pelles. Oh, Leg-Short bitte. Ja, ist A. Ja, ist A. Ist es möglich, von der Position, wo ich gerade stehe, theoretisch mit Flash an dem Pfosten wegzuwerfen, ins Fenster rein? Wird mich wirklich mal interessieren. Verstehst du denn? Gegen die Säule durchs Fenster? Ja. Ne, so wie ich stehe. Ich stehe ja immer so, dass ich an der rechten Seite, an der rechten Kante von diesem Aufgang zu Apps stehe. Ja. Also so, dass aus Apps raus sieht man mich nicht dann. Vom Winkel her, also wenn du ganz in der Ecke stehst, gibt es keine Wand, die das ermöglicht, was die Zeit angeht. Die Gegenseite klappt zwar, aber die Flash wird zeitlich nie reinfliegen. Also die geht vorher hoch. Also dieser kleine Holz. Wo ich mir das gerade vorstelle. Ja, ich kann's ja machen mal. Ich kann's ja gleich. Wenn wir den Spot haben, zeig ich's kurz. Und Dalu trifft der Typ nicht, ey. Der fehlt seinen Ace, der war so green wie der Boy. Ja, der wollte wirklich sein, dass hier losgerannt ist auf einmal. Da dreht man sich einmal um, da kommt dann zwei, ey. Da wollte er seinen Ace haben, ey. Er hat auch schön geschossen mit der Glocke, äh, mit der USP. Wie greasy. Auf einmal rennt er so rein, ey. Hätte ich auch gemacht. Was machen wir jetzt? Hätte jeder gemacht, oder? Die Mitte in One Click. Der Scout, die da ist. Er könnte eine AWP haben mit vier, ne? Ah ne, die Bombe hätte noch. Ja. War ja so, aber war kein One Click. Oh ne, das war ein Two. Loll. Das war ein One Click, ja? Lern was, ey. Ich hab den Fall getroffen, ey. Sollen wir schießen, weil der vor mich gerannt ist. Hier, nimm mal ne Waffe. Einer beschlossen, M4. Ah, und Alex hat sich für. CT-RAM kommt einer. Action ist einer. Wem gebe ich denn da meine M4, ey? Ja, weiß ich nicht. Warum gibst du mir die überhaupt? Dauer. Du hast ja schon bessere Ideen, als dem gecarrieten Silber ne Waffe hinzuwerfen, ey. Ja, Alter, im Sinne wird das. Dankeschön. Dankeschön. Das ist ne MP, damit kann ich umgehen. Warum ist das keine P90? Weil er keine Hatter? Alter, wie schnell zieht denn der die MP9? Ich bin unzufrieden, ey. Noob Team. Ich will mal ne Smoke versuchen, ob ich die noch kann. Ich hab A-Spot gesmoked. Ich glaube, ich hab CT gesmoked. Ich bin mir noch nicht so sicher. Der ist in der Triple. In der Smoke, in der Triple. Ey, du blockst. Ich hab ja CT wirklich gesmoked. Ich kann die smoke noch. Wie geil ist das denn? Liegt aber nicht perfekt. Ich kann die CT smoke noch. Hey, ho. Let's go. Hopp. Weg mit der MP. War ne gute Runde. Wir machen mal CT smoke hier. Es macht Spaß. Und ein Triple. Oh, Baby, ein Triple. Einfach mal CT smoken hier. Blup. Blup ist immer so... Willst du was lernen, Items? Was lernen? Ja, guck mal, du musst da auf dieses Ding laufen. Genau, geradezu. Du? Wie hoch springen? Ich zeig dir. Und CT ist gesmoked. Zack, hab Triple Box gesmoked. Nix, da. Du musst die richtige smoke machen. Die professionelle. Wie bei nem echten Argo. Ich glaub, die pushen irgendwie bei euch. Und wo liegt die smoke jetzt? Äh, CT. Scheiße! Unterholz. Soll ich verlaufen nicht haben können. Unterholz! Irgendwie ist meine smoke ganz komisch abgestrahlt. Ist gut. Oh, hier. Erna ist anscheinend sauer. Hat das Turf geteamet. Hä? Wo sind die denn alle? Ähm. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass... Ich nehm den auch pushen. Eine CT. 20 ok. Zeig dir, wie man smoked. Komm, hier ist hier ein Triple Box, Achtung. Triple Box gesmoked. Niemals um dem. Ja, hier unten liegt sie. Nein, das ist Hotters gewesen. Meinen ist auch Triple. Wo denn? Ach, Triple Box. Guckst du den an? Aber das ist doch viel zu weit vorne. Nein, genau da wollte die hin. Sonst hätte ich sie ja nicht so geworfen. Ist ja wohl offensichtlich. Wie sind denn die Dudes? Hier, da kommt einer. Tot. Kann ich nicht. Hehehe. Ich hab ihn angeschossen, Erna! Erna, er hätte auch einen D-Glader kassieren können, ey. Oh, CT. CT, oder? CT, letzter. Mann, Items, ey. Boah, ich wollte den letzten Frack hier. Man muss ja ein bisschen handeln, dass man wenigstens im flächeligen Bereich ist, ey. Ein schönes Ründchen. Jawohl, ich hab eigentlich den Salzstreuer als Bray-Logo bekommen. Ich auch. Sehr nice, Leute. Lass ein Like da. Schaut bei allen vor mir, wird sein, was gut schafft. So. So. Wir, wir kommen jetzt hier. Wir kommen jetzt mal raus. We kommen jetzt schon mal rein. Wir kommen jetzt hier, was wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. She's mir bei連tieren. Wir werfen Chevron. Donnie? Wir kommen jetzt schon mal rein. Also da können wir uns, was wir kommen. Die dritte ist das ganze Thema. Wir werden uns wichtig. Die dritte ist derそite yelächste. Tre evening. Wir kommen jetzt mal wieder. Wir kommen jetzt mal wieder. Bis zum nächsten Mal.